Musik Manchmal werde ich gefragt, was bringt dir das eigentlich, mit Jesus Christus zu leben? Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt, um mal die Punkte zusammenzuschreiben und zu sammeln, um ein Lied daraus zu machen und habe gemerkt, da wird ganz schnell ein Lied draus mit zehn Strophen und mehr, wirst gar nicht fertig mit aufzählen, habe mich aber auf drei Strophen beschränkt, mit dir. Mit dir kann ich über Mauern springen, mit dir will ich meine Straßen gehen. Mit dir finde ich den Weg im Dunkeln, mit dir werde ich den Lebenskampf bestehen. Musik Von dir habe ich den Mut zu leben, von dir werde ich gesund geliebt. Von dir wird die Sünde weggenommen, von dir werde ich am Schluss nicht ausgesiebt. Bei dir findet meine Seele Ruhe, bei dir tanke ich mein Selbstvertrauen, Bei dir kann ich mir auch selbst vergeben, bei dir werde ich am Ziel den Himmel schauen. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020